Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Offensichtlich fallen die Termine ja relativ gut zusammen. Das Oberverwaltungsgericht hat ja digitalisiert, dass wir in Europa noch entscheiden werden. Es kann ja dann natürlich auch sein, dass wir dann relativ schnell in Dortmund die Wahlen von 2009 wiederholen müssen. Ich glaube zwar nicht daran, weil ich sage es bei der Art, ich bin das jetzt in der ersten Instanz. Ich bin das jetzt in der ersten Instanz. Ich bin das jetzt in der ersten Instanz. Ja, das ist so wahnsinnig. Ich war ja in einer halben Strecke, fast abführlich gesehen. Ich bin dann erstmal wieder zurück. Ich dachte mir, eigentlich lohnt es sich nicht mehr. Das ist so wahnsinnig. ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.